Wir sind im Forschungsbereich, wir sind die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa. Fraunhofer unterscheidet sich von anderen Forschungseinrichtungen dahingehend, dass wir speziell für die Anwendung zuständig sind. Wir forschen für die Anwendung. Wenn Sie immer wieder innovativ neue Lösungen finden wollen, müssen Sie kreativ sein. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Herausforderung, Leute auch zu finden und zu begeistern, dass sie mitarbeiten. Wir haben bei der Fraunhofer Gesellschaft einige Nachwuchsprogramme für Schülerinnen und Schüler, auch für Studentinnen und Studenten, die am Anfang ihres Studiums stehen, bei denen es einfach darum geht, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern für den MINT-Bereich. Social Media ist ein sehr schnelllebiges Medium, wo man ganz schnell reagieren muss. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Karriereseite für Facebook entwickelt. Aber diese Lösung scheint mir einfach sehr bedenklich. Ich denke, Datensicherheit zum Beispiel ist eine Geschichte. Deshalb haben wir ein eigenes Portal entwickelt, ein geschlossenes Portal, wo halt keiner so ohne weiteres sein kann. Mit IntraWelt zusammen haben wir MyTalent gegründet. Und dieses Portal, denke ich, ist eine tolle Antwort auf Herausforderungen, denen wir uns stellen wollen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, dort ihre Interessen wahrzunehmen, nachzuschauen, was fehlt mir an Informationen, interaktiv mit uns zu kommunizieren. Auch die Nutzer können in unserem Portal aktiv werden. Sie können selbst Artikel hochladen zum Beispiel, wenn sie an Programmen teilgenommen haben. Das haben wir sehr oft, dass sie Erfahrungsberichte schreiben. Wir hatten uns mit anderen Anbietern schon mal auseinandergesetzt. Da waren teilweise Lösungen, die relativ veraltet waren. Gerade in dem Bereich Social Media können sie sich nicht erlauben, technisch zwei Jahre zurück zu sein. Das sind Generationen und da kriegen sie keine Akzeptanz. Also da die Fragestellung modern auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch Sicherheit auf der anderen. Das waren zwei ganz wesentliche Punkte. Und das, denke ich, haben wir mit der Lösung ganz gut hinbekommen. Das ist eine internetbasierte Lösung, die Content Management erlaubt. Das heißt, wir können Nachrichten veröffentlichen, Termine veröffentlichen. Wir haben ein Forum im Portal. Und die IntraWorlds-Lösung erlaubt auch, dass wir sehr flexibel unsere Benutzerverwaltung machen können. Die Zusammenarbeit mit IntraWorlds hat sich über die Jahre immer mehr verstärkt, muss ich sagen. Und wenn sie mit verschiedenen Anbietern Erfahrungen gesammelt haben, und die habe ich gesammelt, dann sind sie dankbar, wenn sie mit einer Firma zusammenarbeiten, die auf ihre Wünsche schnell eingeht und die auch effizient umsetzt. Nicht mit irgendwelchen Ausreden kommt, das geht nicht, sondern versucht Lösungen zu finden und teilweise in Lösungen uns beraten hat, wo wir ganz dran gedacht haben, auch neue Wege zu gehen. Und das muss ich sagen, das zeichnet IntraWorlds ganz gewaltig aus. eine Heavenly-Johann Wege Von Bären Von Bären Von Bären Von den Bären voir von Bären Untertitelung des ZDF, 2020